Ich freue mich, dass wir unser Studium fortsetzen können zu diesem Thema der Frucht des Geistes. Ich habe gestern schon versucht zu erklären, dass die Frucht des Geistes, die wir brauchen, nicht eine Option ist, sondern eine Notwendigkeit. Damit wir leben können, brauchen wir die Frucht. Und ich könnte auch sagen, von der medizinischen Seite her, damit ich leben kann, brauche ich Sauerstoff. Brauche ich. Und damit ich leben kann, brauche ich die Liebe, die die Frucht des Geistes ist. Und sie ist ein noch viel wichtigeres, eine viel grössere Not wie der Sauerstoff. Obwohl wir beides brauchen. Aber die Notwendigkeit der Liebe ist das Größte im Leben eines Menschen. Nichts ist wichtiger als die Frucht des Geistes. Und dennoch findet sie nicht unbedingt unsere grösste Aufmerksamkeit. Wir haben in unserem religiösen Leben eine gewisse Form. Aber wir streben nicht unbedingt in unserer Beziehung mit Gott dem Ziel hin, die Frucht des Geistes in uns zu haben. Und fähig zu sein, sie zu tun. Weil ist Liebe etwas Passives oder Aktives? Der liebevolle Mensch ist aktiv. Wenn sich ein junges Wesen verliebt, wird es passiv und sagt, ich habe heute keine Lust mehr, etwas zu tun. Oder wird es aktiv? Jeder, der sich verliebt, der liebevoll anfängt zu denken, wird aktiv. Weil die Liebe macht dich aktiv. Sie ist nicht etwas Passives. Und leider in der Christenheit heute hat sich das so eingeschlichen, dass wir denken, die Liebe ist etwas Passives. Und wir streben nicht wirklich es an, ich sage jetzt mal, die liebevollsten Menschen zu werden, die es auf Erden gibt. Ich habe das schon seit einiger Zeit, erwähne ich das immer am Ende meiner Seminare über die Gesundheit, dass ich ein Ziel habe. Das Ziel macht mich natürlich vulnerabel. Ich möchte der liebevollste Mensch werden, den Gott auf Erden hat. Und ich meine es so. Und ich provoziere dann immer, oder ich lade die Menschen ein, die mir zuhören, ob sie mir in Konkurrenz treten wollen. Zu sagen, ich will noch lieber werden wie du. Das heißt, gehen wir in eine christliche Kirche, um Liebe zu lernen? Weil wir überzeugt sind, wir brauchen sie? Oder gehen wir, weil, naja, es ist so Routine geworden und wir tun etwas, aber wir sind im Alltag nicht fähig, diese Liebe auszuüben. Die Frucht des Geistes ist das Wichtigste. Und ich möchte es an einem Beispiel erklären. An einem Beispiel eines gläubigen Ehepaars. Und dann werden wir noch die Schritte, die wir gestern gesehen haben, vielleicht nochmal anschauen. Ihr wisst, so in Medizin sagt man Case Studies. Das heißt also, wenn man Fall beschreibt, erkennt man am besten die Situation an sich. Ich habe, und da es ja ein ziemlich aktueller Fall ist, ist er mir in meinem Kopf und er beschäftigt mich, seitdem ich ihn weiß. Also, im Februar dieses Jahres habe ich ihn kennengelernt. Ich habe eine Patientin, oder besser gesagt, es sind zwei Ehepaare. Sie sind gläubig. Sie sind Christen, schon über zehn Jahre oder zwanzig Jahre sogar, die Frau hier. So, das ist die Frau. Sie hat natürlich einen Mann. Vielleicht ein bisschen größer wie sie. Und sie hat auch eine beste Freundin. Etwas jünger. Und die hat natürlich auch einen Ehemann. Beide haben zwei Kinder. Die sind unter zehn, die sind unter zwanzig. Und jetzt passiert vor mehr als einem Jahr, so 14 Monate, damals schon, Februar, das, was nicht passieren darf. Die beste Freundin verliebt sich in den Ehemann und der Ehemann verliebt sich in die beste Freundin. Das alles unter Christen. Zwanzig, zehn Jahre im Glauben. Jetzt, was würdet ihr meinen, wer braucht einen Erlöser? Wer ist jetzt am allergefährtesten, krank zu werden? Die Grünen. Was kann sie nicht mehr tun? Oder was fällt ihr schwer zu tun? Kann sie ihre beste Freundin gern haben? Kann sie ihren Mann gern haben? So, sie ist und sie hat in den letzten Wochen, Monaten, eine Zeichen einer Depression. Sie sagt, ich weine plötzlich, weiß nicht warum, habe eine Not. Jetzt, wie kann man das Problem lösen? Diese Frau ist in der Situation, in der sich auch Paulus befindet, in Römer Kapitel 7. Wenn ihr wollt, können wir das ja mal aufschlagen. In Römer Kapitel 7 ist eines der interessantesten Kapitel überhaupt. Hier sagt Paulus in Vers 9 und 10. Ich aber lebte weiland ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, war die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb und es befand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Das sind schwierige Texte, wenn man die nur so liest, oder? Wozu ist das Gesetz gegeben? Zum Leben und zum Tod? Hat uns Gott das Gesetz gegeben? Zum Leben und zum Tod? Zum Leben, so hat. Und das Gesetz heißt lieben. Ja, wenn wir alles zusammenfassen, heißt das Gesetz lieben. So, und jetzt, diese Frau steht jetzt in der Not, das Gesetz zu erfüllen. Kann sie es? Das heißt, sie ist seit 20 Jahren gläubig. Und jetzt kommt sie in diese Testphase, wir haben gestern darüber gesprochen. Und in dieser Testphase beweist sich etwas, was sie kann oder nicht kann. Beweist, ob die Frucht da ist oder ob sie nicht da ist. Und jetzt ist das Gebot, das ihr zum Leben gegeben wurde, was? Zum Tode. Nämlich dasselbe Gebot, das ihr sagt, du musst lieben, wenn du es nicht erfüllst, wird es dir zu wehren. Zum Tode. Das Gesetz, ich muss atmen, Sauerstoff. Aber ich kann jetzt kein Sauerstoff mehr atmen. Was passiert mit mir? Ich sterbe, weil das Gesetz der Atmung und Sauerstoff hält mich am Leben, aber ist kein Sauerstoff mehr da, sterbe ich. So, das Gesetz kann mich am Leben erhalten. Es ist mir gegeben zum Leben, aber es erhält mich nur am Leben, solange ich es erfüllen kann. Kann ich es nicht mehr erfüllen, tötet mich genau das Gesetz, was mir zum Leben gegeben war. So, ich brauche also, und sie braucht eine Erlösung, braucht sie? Ansonsten stirbt sie von wessen Hand? Von der ihres Mannes, ihres Freundinnen oder ihrer eigenen? Und das Gesetz schreibt nur vor, was sie zu tun hat. Wer bricht denn das Gesetz? Nun, ganz klar. Werden die zwei krank? Nein, ihr seht, nicht jedes Gesetzesbruch macht krank. Ja? Wenn jemand verliebt ist, auch wenn es die falsche Person ist, fühlt er sich gut. Er kriegt körperlich keine Krankheit. Könnte ja, deshalb schreibt ja der Asaf im Psalm, den Gottlosen geht es so gut. Und ich, der ich ein Kind bin, ich habe zu leiden. Ja? So, den Gottlosen geht es gut. Die sind ja verliebt. Aber ihr geht es nicht gut. Aber wegen den Zweien oder wegen sich selbst? So, ich versuche diese Situation uns deutlich zu machen, weil wir können sie nachvollziehen. Wir können uns in die Lage der Frau setzen. Können wir uns? Ich sehe mich verraten und gedemütigt. Sowohl von der Freundin, als auch von dem Mann. Was sage ich ihr? Sag ich auch, wunderbar. Ich versuche ihr klarzumachen, wie Christus gehandelt hat, als er verraten und gedemütigt wurde. Wurde er gedemütigt? Okay. Wurde er verraten? Von wem? Wer hat Jesus verraten? Ein weit entfernter oder ein naher? Ja? Die besten Freunde. Und es waren ja nicht wenige. Er hatte ja zwölf. Und der eine Verrätin ist der Judas. Wie verhält sich Jesus zu Judas, als dieser zu ihm kommt, um ihn mit einem Kuss zu verraten? Ist Jesus da und sagt, Judas, du schlimmer, böser Mensch? Wie verhält er sich? Wie würden wir uns verhalten? Wüssten wir, dass unser Lehrling, den wir drei Jahre versucht haben, zu belehren, zu gewinnen, uns mit einem Kuss verraten möchte? Und wir sehen in seinem Herz und sehen es ganz genau. Würden wir sagen, ja, du darfst meine kostbare Haut küssen, ist kein Problem. Oder würden wir es nicht erlauben? Würden wir den Freund nennen? Ihr seht, hat Jesus sein Verhalten gegenüber Judas geändert, nachdem er wusste, dass er ihn endgültig verraten hat? Hat er es verändert oder nicht? Nein. Jesus blieb derselbe. Im Gesetz? Ja? Hat er das Gesetz erfüllt? Trotzdem, dass Judas ihn verriet? Jesus konnte den Judas liebhaben und ihn Freund nennen und erlauben, dass der Judas ihn mehrmals küsst. Ich bin überzeugt, dass, wenn wir heute diesen Test machen könnten, unter Adventisten oder Baptisten oder was auch immer es sind, wer würde durchkommen? Wer würde die Frucht zeigen? Dass du dich küssen lässt von deinem Verräter? Wenn du es wüsstest, wenn du es nicht weißt, klar, lässt du es zu. Aber wenn du es weißt, wenn du ganz genau weißt, warum er zu dir kommt, du kennst seine Absicht, du kannst in dein Herz gucken und Jesus konnte in das Herz des Judas schauen. Und es veränderte ihn nicht, zu sagen, du böser Kerl, bleib mir fern. Sondern er ließ es zu. Dann geht die Geschichte ja weiter. Jesus hat noch einen Freund. Dieser ist natürlich mit großem Munde. Dieser sagt, ich sterbe für dich. Mein Leben ist nur für dich. Ich werde dir immer treu bleiben. Keine Frage. Das versprechen wir doch am Altar. Jeder. Wir werden die Treue halten. Und jetzt sitzt Jesus vor dem Hohen Rat. Der Petrus ist verdeckt da draußen. Und so ein kleines Mägglein sagt, du siehst so wie sein Jünger aus. Und er stirbt jetzt für den Herrn. Tut er das? Er schwört. Und Jesus hört das. Es ist ja nicht, dass Jesus es nicht hört. Jesus hört jedes Wort, was der Petrus sagt. Und es ist ja dreimal, dass er angefochten wird, bis der Kran, bis der, bis der, nicht der Kran, bis der, bis der Hahn kräht. Und dann erinnert er sich. Und dann treffen sich die Augen von Jesus und die Augen von Petrus. Was denkt Jesus über Petrus? Denkt Jesus jetzt, dieser Kerl, ich habe ihn drei Jahre versucht zu erziehen. habe ihm drei Jahre versucht, Dinge beizubringen, dass er loyal ist. Und jetzt lässt er mich im Stich. In der schlimmsten Stunde meiner Anfechtung, jetzt wo ich hier verklagt werde, wo ich jemanden bräuchte, dass er zu mir steht, jetzt ist er nicht für mich da. Der Hansgroßmaul. Denkt er so? Denkt Jesus so? Konnte Jesus überhaupt so denken? Jesus denkt völlig an den Petrus und sagt, der arme Kerl, ich wusste es und jetzt will ich ihm helfen, dass er da wieder rauskommt. Und so blickt er ihn an voller Liebe und ermutigt ihn, sein Problem zu beheben. hat sich Jesus verraten gesehen? Hat er? War er beleidigt? War er verletzt? Hat er irgendwelche negativen Gefühle gehabt wegen sich selbst? Keiner weiß. Keiner weiß. Nie. Jesus hat Mitleid nie gewollt. Als er unter dem Kreuz zweimal zusammenbricht, wo er es trägt in Richtung Golgotha und die Mütterleins, die ihn anschauen, weinen, dann denkt er nicht, oh gut, dass sie um mich weinen, dass ich bin es ja wert, dass jemand um mich weint. Denkt er so? Er denkt, ihr Lieben, weint nicht für mich, sondern weint für euch und eure Kinder. Mir geht's gut. Ich bin in keiner Gefahr. Ich tue nichts Falsches. Das, was falsch ist, ist, was ihr tut. So weinet nicht mir zuliebe. Als er gekreuzigt wird, an wen denkt er? An die schlimmen Nägel, die dort seine Hand und seinen Fuß durchbohren. Was tut er? Er denkt an wen? An seine Mörder. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Braucht der Mann Mitleid? Ihr Lieben Frauen. Braucht er Mitleid oder nicht? Dass er sich verliebt in diese Frau, was zeigt das? Ja. Er ist ein armer Kerl. Und jemand, der arm dran ist, der bedarf eines Mitleids. Bedarf sie Mitleid? Oder nicht? Sie sind doch in der selben Situation, sie sind in der selben Not. Die zwei machen Bibelstunden miteinander, damit sie sich gegenseitig aufbauen. Versteht ihr die schlimme Situation? So, hier, die zwei sind in der Not, nicht sie. Aber, wie sieht sie es? Sie ist in der Not. Weil sie denkt, die zwei bringen sie in der Not. Nein, die zwei bringen sie in keine Not. Die zwei bringen sie nur in die Situation zu erkennen, was in ihrem Herzen tatsächlich ist. sie muss erkennen, sie braucht einen Erlöser. Und als ich ihr gesagt habe, das Beispiel Jesu, was war ihre Antwort? Ihr alle wisst es. Was hat sie, ohne zu zwinkern, ohne zu zögern, mir geantwortet? Was hat sie gesagt? Denkt ein bisschen nach. Was würdet ihr sagen, wenn ihr in der Situation seid und es kommt jemand, wie ich da her und sage, hm, wie wäre es, Jesu Vorbild? Nein. Ja, sie sagte, ich bin nicht Jesus. Okay. Dann, wozu brauche ich ihn? Wozu brauche ich Jesus, wenn ich nicht Jesus bin? Wozu bin ich gläubig? Wozu drücke ich die Bank in einer Kirche? Wozu behaupte ich, dass ich gläubig bin? Um wie Jesus zu sein oder nicht wie Jesus zu sein? Versteht ihr, sind wir auf der sind wir in dem Weg, dass wir sagen, wir wollen wie Jesus werden oder sagen wir von vornherein, das können wir nicht. Wir sind zufrieden, wenn Jesus für unsere Sünden gestorben ist, aber wenn wir in so eine Not kommen, dann müssen wir uns halt selbst bemitleiden und selbst zerstören. steht, der Paulus erkannte etwas in seinem Leben, er erkannte, dass er in so einer Situation wie viel fähig ist, das Gesetz zu erfüllen? Wie viel Fähigkeit? Wie viel? Null. Also nutzt ihm sein Glauben wie viel? Nichts. Deshalb schreibt er ja dieses Kapitel 7. Diese Frau nach dem inwendigen Menschen erkennt ja irgendwo und sagt, ich will das Gute tun. Sie will ja den Mann nicht verlieren. Ja? Und so tut sie gewisse Dinge, um ihn zu behalten und zu gewinnen. Aber nicht sehr erfolgreich. Der Mann verspricht ihr fünfmal, er macht Schluss. aber jedes Mal fällt er rück und es werden wieder SMS und Telefonate und so weiter geführt. So, wie viel Vertrauen kann sie haben? Fünfmal verspricht er ich wähle dich, nicht sie. Aber jedes Mal berichtet sein Versprechen, weil sie ertappt ihn, dass er doch mit seinem Herzen hier ist. So, die Frau möchte das Gute. Ich glaube, sie will ihn ja auch lieben. Aber kann sie es? So wie hier der Paulus sagt, So ich aber das tue, das ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnet. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnet nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. So ich aber tue, das ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnet. So finde ich in mir nun ein Gesetz, dass ich will das Gute tun, dass mir das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber in ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, dass da widerstrebe dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich elende Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? So, das Allerwichtigste, was ein Mensch braucht, bevor er Christi Leben schätzt, ist zu erkennen, dass er unfähig ist, in so einer Situation das Gesetz zu erfüllen. Wir hatten ja gestern eine andere Situation genommen, die Sache mit der Mutter und dem Mörder ihres Kindes. Der Mörder hat die elfjährige Tochter umgebracht und jetzt ist die Mutter hier, kann sie das Gesetz erfüllen, den Mörder zu lieben. Aber steht das Gesetz für sie, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Der Mörder wird ihr Nächster. Er bringt ihr Liebstes um und jetzt muss sie das Gesetz erfüllen, sonst stirbt sie von ihrer eigenen Hand. Sie zerstört sich selbst. Nicht von der Hand des Mörders. Diese Frau nach sechs und acht Jahren ist sehr krank, ist berentet in den besten Jahren ihres Lebens. Weil sie kann das Gesetz des Lebens nicht mehr erfüllen. Sie kann nicht mehr lieben. Sie würde es ja gerne, aber es geht nicht. Deshalb, wenn wir in eine Situation hineinkommen, die von uns erwartet, dass wir fähig sind zu lieben, aber wir können es nicht mehr tun, dann sind wir Gefangene des Gesetzes der Sünden und brauchen einen Erlöser, der uns nicht nur befreit von unseren vergangenen Sünden, Sondern der uns jetzt in der Not fähig macht, das Gesetz zu erfüllen. Weil das Gesetz ist gültig ein ganzes Leben lang. Es hebt sich nicht auf, wenn ich in der Gnade bin, wenn ich in die Gemeinde komme, komme ich ja nicht hinein und sage, ab sofort muss ich nicht mehr lieben. Christus ist für mich gestorben, ich muss meine Nächsten nicht mehr lieben. Ganz im Gegenteil. Jetzt erst bist du in der Lage es zu tun. Und wenn wir es nicht in der Lage sind zu tun, was offenbart das? Wenn wir nicht in der Lage sind, die Liebe auszuüben in der Krisensituation, was offenbart es uns? Haben wir die Frucht oder haben wir sie nicht? Wir haben sie nicht. Und deshalb ist es notwendig, dass wir in solche Schwierigkeiten kommen, damit wir verstehen, was wir können und nicht. Dass wir unsere Grenzen erkennen und uns jetzt sagen, will ich daraus oder will ich nicht. Ich muss nämlich jetzt wissen, was tue ich? Wie gehe ich um mit der Sache? Muss die Sache erledigt werden? Ja, sie muss erledigt werden. Aber wie muss ich sie erledigen? Liebt diese Frau ihren Mann, wenn sie dem Tächter Mächtel zuguckt und versucht in Konkurrenz zu treten, um ihn zu gewinnen? Oder liebt sie sich selbst? So eine schwierige Frage oder ist es eine einfache Frage? Schaut, die große Not des Menschen ist, dass er sich selber nicht erkennt. Wir haben gestern gesagt, das Herz des Menschen ist besetzt von Stolz und Egoismus. Und Stolz und Egoismus bedeutet, ich bin blind gegenüber mir selbst. Ich weiß nicht, warum ich tue, was ich tue. Und jetzt brauche ich das Licht, nicht? Die Bibel sagt ja, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er muss kommen und mir etwas offenbaren. Über wen? Über meine Nachbarn? Über meinen Mann? Meine Frau? Über wen soll ich etwas wissen? Über ich selbst. Ich muss ja mein Herz sehen. Und ich habe in den letzten Wochen, da ich mich mit dieser Sache beschäftige, mit dem Grund, warum brauche ich einen Erlöser? Warum brauche ich wirklich Christus? Ist Religion eine Option oder ist es eine Lebensnotwendigkeit? Das heißt, ist Gott eine absolute Notwendigkeit, damit wir leben, so wie der Sauerstoff, oder ist er es nicht? und ich habe auf der Suche nach Texten oder kam mir ein Text in den Sinn, als ich so dachte, ein Text für die Predigt mal einem Sabbat morgen und da kam mir Lukas 2 in Sinn und wir können das aufschlagen und lesen. Lukas 2 Vers 34 und 35 Dort offenbart dort kommt der Simon Simon ist ein alter Mann der im Tempel ist und ihm hat der Heilige Geist offenbart dass er sehen wird Christus den Erlöser und jetzt kommen die Eltern und bringen Jesus hin nach den Tagen der Vorschrift wo er eingetragen werden sollte in das Register und der Priester vollzieht die Zeremonie erkennt nichts aber Simon und Anna die erkennen Jesus als den Erlöser und jetzt sagt er zu Maria und Simon sagt es segnete sie und sprach zu Maria seiner Mutter siehe dieser wird gesetzt zu einem Fall und auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen dem widersprochen wird und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden so was ist der Sinn des Messias was ist der Zweck des Lebens Christi die Herzen der Menschen zu offenbaren und ein Schwert ging durch die Maria warum warum in ihrem Herzen musste auch etwas offenbar werden war die Maria eine gläubige Frau ja Gott hatte sie nicht ausgesucht aber war sie eine Frau mit Fehlern und Dunkelheiten in ihrem Herzen hatte sie ein falsches Verständnis über das Kommen des Messias hatte sie ein falsches Verständnis was mit ihm passieren sollte oder nicht hat sie je gedacht der wird geboren damit er stirbt am Kreuz war das ihre Erwartung nein aber Simon sagt es ihr wird ein Schwert gehen weil die Herzen und die Gedanken der Herzen der Menschen muss offenbar werden so ist wichtig es ist in Gottes Interesse dass wir uns selbst erkennen ist die einzige Lösung dass wir überhaupt Rettung brauchen und uns bewusst werden wie sehr wir eine Lösung brauchen ich sehe in der christlichen Welt eine außerordentliche Gelassenheit Keiner oder keiner wenige wenn man so will haben ein Bemühen oder haben sogar eine Furcht in einer gewissen Situation fehl zu gehen sie erkennen nicht die Gefahr in der sie sind deshalb wie ist das Gebetsleben intensiv oder weniger intensiv wie ist die Suche nach Gott wie nach einer Not oder wie nach einem wie soll ich sagen ja wir haben eine gute Zeit zusammen mit Gott nicht wie was tun wir es gibt ein schönes Beispiel in der Heiligen Schrift eines Mannes den Gott lieb hatte und ihn in eine Not bringt es ist eines der treuen Könige in Israel es ist der Hiskia und der Hiskia dient Gott wie sein Vater David so wird ihm beschrieben aber Gott weiß dass in seinem Herzen Dinge sind die dem Hiskia unbekannt sind also was tut er in seinem Leben er bringt eine Krankheit und er sagt durch den Propheten Jesaja Hiskia bestelle dein Haus du wirst sterben so was macht jetzt der Hiskia in dem Moment wo er die Botschaft kriegt ihr kennt ja die Geschichte wir können ja lesen in Jesaja 38 vers 3 oder 2 auch da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach gedenke doch Herr wie ich vor dir gewandelt habe in der Wahrheit mit vollkommenem Herzen und habe getan was dir gefallen hat und Hiskia weinte sehr so was sagt Hiskia hier Gott mit menschlichen Worten was sagt er fühlt er sich gerecht behandelt von Gott oder ungerecht er sagt ihm schau ich ich diene dir dein Leben lang ja mache was richtig ist dass du mich jetzt so frühzeitig zur Ruhe legst er war mit Gott nicht wirklich einverstanden und Gott lässt ja diese Krankheit zu um sein Herz zu prüfen oder besser gesagt um Hiskia die Dunkelheit seines eigenen Herzens zu offenbaren und das tut er in dem er der Prophet ist noch nicht draußen und Gott überlegt es sich nicht das kommt ja so wie wenn es Gott sich überlegt hat und Hiskia kommt zurück und sagt ja du bekommst noch mal 15 Jahre mehr so und jetzt finden wir in der Heiligen Schrift in der Chronik in der zweiten Chronik Kapitel 32 Vers 31 eine interessante Erklärung der ganzen Geschichte dort steht da aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren zu fragen nach dem Wunder das im Lande geschehen war verließ in Gott also dass er ihn versuchte auf das kund würde alles was in seinem Herzen war was war im Herzen des Hiskia als die Kundschaft kam auf wen wies er hin auf seine Leistung die er getan hat in wie vielen Jahren all das Gold das er gesammelt hatte ja all diese ganzen Dinge so bei weitem war er sich nicht bewusst dessen was Gott für ihn getan hat und da kam hervor genau das was in Hiskias Herz war hat Hiskias gesehen ja der Prophet kommt und sagt ihm Hiskia bekehrt sich diesmal so wie Petrus war war Petrus bekehrt als er den Herrn verriet doch doch er war verkehrt Jesus sagt ihm ihr seid rein aber nicht alle als er die Füße wäscht er meinte nur Judas ist unrein er sagte ihnen am Abend Johannes 15 er sagte ihr seid schon rein um des Wortes willen das ich zu euch geredet habe das sagt er zu allen elf Jüngern so Petrus war bekehrt aber in seinem Herzen musste ein neues Kapitel aufgeschlagen werden das Herz ist eine große Fläche und ein Lichtstrahl erleuchtet noch nicht alles deshalb muss man fortschreiten und Hiskia war treu in dem was er erkannt hatte aber wusste nicht was noch daneben alles war und so wollte Gott in eine Stufe höher bringen und ihm zeigen es gibt noch ein paar Dinge die müssen wir erledigen im Leben bevor du dein Werk abschließen kannst du musst erkennen in deinem Herzen dass es Dinge gibt die noch nicht in Ordnung sind und so benutzte er diesen Umstand mit war ja ein absichtliches Geschehen das Gott mit Hiskia tat um ihm zu zeigen was in seinem Herzen ist und die besten Jahre des Hiskias Leben waren die 15 Jahre nach seiner zweiten Bekehrung oder dritten Bekehrung wo er erkannte seine Not nach einem Erlöser so erkennen wir sie weil bis wir sie nicht erkennen werden wir Gott nicht wirklich händeringend suchen werden wir unsere Gemeinschaft mit Gott wird ein Spaziergang sein wir werden sagen naja ich ich habe Gott in meinem Leben alles läuft soweit gut alles ist klar aber ich habe nicht wirklich die Not in einer engen Beziehung mit Gott zu stehen weil ich nicht weiß wie schwach wie ich in einer Sekunde versagen kann gegenüber einer Situation die mich in Not bringt das versagen eine Sekunde wird mir noch nicht das Genick brechen aber hier geht es ja jetzt schon ein Jahr und zwei Monate und es bricht mir langsam das Genick ich muss deshalb wissen wie muss ich jetzt vorgehen was muss ich tun wie komme ich dahin dass ich die Kraft Gottes in Anspruch nehme um in dieser Situation oder in dieser hier vorne das sind ja ich habe sie als Extremsituation ausgewählt aber ist ja egal im Alltag wir könnten auch Kleinigkeiten nehmen sie würden genauso dasselbe offenbaren aber in der Extremsituation können wir uns besser erkennen in so einer Situation ist es völlig egal wessen Glauben du bekennst oder du kannst dich nennen wie du willst es ist irrelevant hier zählt nur noch was du kannst hier zählt nur noch ob du die Frucht hast oder nicht und keiner kann die Frucht haben es sei denn er hat den Erlöser in seinem Herz kann er keiner kann es zeigen es sei denn der Erlöser ist da so sicherlich weiß Gott wie er unser Leben lenken kann damit wir einen fortschrittlichen Erkenntnis haben über uns selbst und erkennen unsere große Not dass wir die Kraft Gottes ständig brauchen um in der Lage zu sein wenn so etwas passiert den Geist und die Frucht des Geistes zu offenbaren die uns retten wird am Tage der Versuchung so der Grundgedanke den ich außen wollte in dieser ersten Stunde ist die Frucht des Geistes ist nicht ein leeres Versprechen sie ist eine Notwendigkeit jeder der leben will muss in der Lage sein zu lieben und nicht wie ein Mensch sondern wie Gott Gott liebt den Mörder und die Frau gleich oder nicht gleich gleich so das heißt ich als Mensch kann nie so etwas zu Tage bringen aus mir selbst spätestens über die Zeit würde man sehen ob diese Frau in Ansprüchen in Anführungsstrich vergeben hätte nämlich was in ihrem Leben passiert in ihrer Gesundheit weil ist sie fähig zu lieben wird sie nicht krank von der Situation mit dem Mörder und dem Verlust ihres Kindes kann sie es nicht dann geht sie unter so deshalb wir müssen fähig sein mit einer Liebe zu lieben die nicht menschlich ist wenn wir nur mit einer Liebe lieben die menschlich möglich ist ist das Christentum nichts wert das heißt dann brauche ich es nicht deshalb ist es ja bezeichnend in der Bergpredigt dass Jesus sagt die Worte die wir alle kennen auswendig ab Vers 38 Kapitel 5 Matthäus ihr habt gehört dass da gesagt ist Auge um Auge Zahn um Zahn ich aber sage euch dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten backen dann biete dem anderen auch dar und so jemand mit dir rechten will um deinen rock zu nehmen dem lass auch den mantel und so dich jemand nötigt eine Meile zu gehen mit ihm zwei gib dem der dich bittet und wende dich nicht von dem der dir borgen will ihr habt gehört dass da gesagt ist du sollst segnet ihr euch fluchen tut wohl denen die euch hassen bittet für diese euch beleidigen und verfolgen auf dass ihr kinder seid eures vaters im himmel denn er lässt seine sonne aufgehen über die bösen und über die guten und lässt regnen über die gerechten und ungerechten denn so ihr liebet die euch lieben was werdet ihr für Lohn haben tun nicht dasselbe auch die Zöllner Brüdern freundlich tut was tut ihr sonderliches denn nicht tun nicht die Zöllner auch also ihr sollt darum sollt ihr vollkommen sein gleich wer Vater im Himmel vollkommen ist das heißt was uns auszeichnet als Kind Gottes ist doch eine einzige Sache und das ist die Frucht des Geistes ist die Fähigkeit in der Situation der Not wirklich zu lieben die Fähigkeit kann niemand von sich aufbringen diese Fähigkeit ist nur eine Fähigkeit die du von Gott haben kannst und das ist es was Christus sagt wenn er sagt auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel womit zeichne ich mich aus dass ich ein Kind Gottes bin durch meine Liebes Fähigkeit ist klar es ist ein Wachstumsprozess wir werden vielleicht nicht sofort in so eine Situation gestellt oder wir werden nicht sofort in so eine Situation gestellt aber wir werden im Alltag in die Situationen gestellt und müssen uns dann fragen war das liebevoll habe ich die Frucht des Geistes jetzt gelebt oder habe ich sie nicht gelebt weil was zählt für meinen Leib ist dass er Liebe braucht das sehen wir im Gesundheitsseminar aber diese Liebe muss ich fähig sein zu geben meinem Nächsten und das sind ja große Dinge aber wie ist es mit Kleinigkeit was glaubt ihr was ist schwieriger zu erledigen diese Sachen oder die Kleinigkeit ich meine hier erkennst du deine Not erkennst du sie ja oder nein hier hast du eine gute Chance dich selbst zu erkennen was du kannst und nicht aber was ist wenn dir jemand begegnet und er ist unpünktlich was suchst du dann hast du Geduld hast du Geduld wie funktioniert man wenn man wenn man in so eine Kleinigkeit wie Unpünktlichkeit gesetzt wird und ich kann euch tausend Geschichten erzählen oder nicht vielleicht tausend aber wo ich jedes Mal versagt habe weil die kleinen Füchse verderben den Weinberg und ich schließe ab mit einer eigenen Geschichte wo ich erkenne meine Notwendigkeit nach einem Erlöser wo mir heute mehr bewusst ist dass ich einen Erlöser brauche wie vor noch fünf Jahren dass ich mich sehne die Frucht zu haben aber sie ist noch nicht in allen Bereichen meines Lebens da und ich will mit Gott mitarbeiten wenn er mir einen neuen Bereich offenbart zu sagen ich bin fähig ich will dadurch es war letztes Jahr wir sollten verreisen und wir hatten ausgemacht um sieben Uhr morgens fahren wir weg zum Flughafen und da ich ein bisschen mehr reise wie meine Frau habe ich gelernt ziemlich schnell zu packen ich lasse meistens die Dinge die ich nicht auspacken muss immer im Koffer es wäre gut wenn ich die immer nur austauschen müsste und müsste nicht packen aber meine Frau und Frauen sind ja manchmal so dass sie ein bisschen längere Zeit brauchen fürs Backen sie haben ja ein paar Sachen mehr und ich frage meine Frau noch ein paar halbe Stunde davor ob sie es schafft wird ja ja sie schafft es und so mache ich mir meine Arbeit in der Küche und um sieben komme ich oder kurz vor ich weiß nicht und will den Koffer holen und ich komme ins Schlafzimmer und meine Frau versucht den Koffer zuzumachen gerade aber ein Teil der Kleider hänge noch raus und dann sagt sie so hilflos kannst du mir bitte helfen den Koffer zu schließen hätte sie das vielleicht eine halbe Stunde früher gesagt hätte ich es ja vielleicht noch problemlos machen können aber ich fand es eine Unerhörtheit dann wenn sie fertig sein muss mich zu bitten ihr zu helfen und so entstand in mir Zorn ist Zorn eine Frucht des Geistes irgendwo aber eine Frucht des Fleisches eine Frucht des Fleisches so und das Zorn kam hoch und ich konnte nichts dagegen unternehmen ich wusste dass es nicht richtig ist aber ich konnte nichts ich betete in der Zeit ich war an dem Morgen draußen im Wald gewesen und hatte Gott gebeten er soll mir Kraft geben dass heute der Tag gut läuft aber in der Situation wo ich hineingesetzt war hatte ich war ich völlig machtlos machtlos und ich enthielt mich zwar zu schreien wie das früher war aber ich sagte so viel brauchst du so viele Kleider aber ich konnte innerlich nicht mehr so zog ich mich zurück ja und ging raus und betete draußen und beruhigte mich so ein bisschen ja und dann weiß nicht 20 Minuten spät oder wie viel dann war der Koffer fertig dann reicht du kannst kaum in den Koffer holen dann komme ich und nehme den Koffer und dann komme ich ja zurück weil ihr wisst ja manche brauchen mehr wie einen Koffer und war in derselben Notsituation wie früher ich war gefangen unfähig mir zu helfen und in dieser Gefangenschaft habe ich natürlich Zeit zu denken ihr denkt ja ihr nehmt es wahr zumindestens früher habe ich es nicht wahrgenommen früher war ich wütig die Wut kommt raus du erkennst nicht was in dir vorgeht aber ich erkenne die Not ich kann mir nicht helfen und ja ich schreie nicht aber ein paar Worte kommen dann aus zum Druck doch heraus ja also ihr könnt machen was ihr wollt der Druck wird dann so stark und auch wenn ihr nicht mehr schreit aber ihr müsst es sagen dann sage ich zu meiner Frau wir waren damals 30 Jahre verheiratet gesagt wann willst du es lernen in 30 Jahren und in dem Moment wo ich das gesagt hatte kam mir ein Gedanke den ich denke vom Heiligen Geist war in meinem Herzen der sagte und wann willst du es lernen dich nicht mehr zu ärgern darüber wer braucht einen Erlöser wer braucht einen Erlöser und das ist immerzu leicht gesagt beide ich brauche einen Erlöser der andere zeigt mir nur meine Not er muss nicht unbedingt einen Erlöser brauchen ich muss fähig sein ganz egal wie meine Umwelt ist pünktlich und pünktlich treu oder untreu verräterisch oder nicht verräterisch demütigend oder nicht demütigend ich muss in der Lage sein die Frucht des Geistes in der Not zu zeigen und die ist nicht Zorn sondern die ist Geduld mit wem Geduld mit dir oder mit dem anderen mit wem musst du Geduld haben mit dir nein 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 ich muss mit mir selber keine Geduld haben ich muss mit meiner Frau Geduld haben dann wenn sie nicht so ist wie ich es will wann muss ich freundlich sein wenn alle freundlich sind mit wem muss ich freundlich sein mit mir nein ich muss doch freundlich sein gegenüber der der unfreundlich zu mir ist wem muss ich gütig sein mir nein steht ja die die Philosophie der Selbstliebe ist anhand der Frucht des Geistes ein Irrsinn die funktioniert nämlich nicht wie sollst du mit dir freudig sein du kannst doch die Freude nur ausstrahlen in Bezug auf andere aber du musst sie haben du kannst doch nur friedvoll sein wenn du den Frieden hast um ihn zu geben wie sollst du selbst mit dir friedlich sein wie sollst du selbst mit dir Geduld haben wie sollst du selbst mit dir freundlich sein es ist absurd wir sind nicht da unsere Not die Liebe ist notwendig in einer Beziehung dass die Beziehung von meiner Seite gut läuft also ein fröhlicher Mensch ist ein angenehmer Mensch oder nicht ein friedlicher ist ein angenehmer Mensch ein geduldiger ist er noch angenehmer oder wärt ihr nicht froh wenn andere mit euch Geduld hätten ja wenn die anderen immer freundlich wären nie ein unfreundliches Wort zu Hause immer gütig immer immer vertrauensvoll immer sanftmütig immer selbst beherrscht so war Jesus war er nicht so Jesus war ein Friedefürst er er trug er trug alles Leid der Welt und dennoch war er froh er belastete niemanden er hat alle Menschen durch diese Liebe die er hatte in seinem Leben beglückt die in seine Nähe kamen und das ist das was er möchte dass wir seine Nachfolger sind und tun deshalb brauchen wir den Heiligen Geist der uns das Leben den Jesu ins Herz schreibt wenn wir aber denken Jesu Leben und ich sind zwei unterschiedliche Dinge wenn wir denken dass ja Jesus konnte er musste es tun weil er musste ja alle Gesetzmäßigkeit erfüllen und wenn ich denke er kam nicht damit ich es auch erfüllen kann dann wozu brauche ich die Frucht des Geistes sie ist und wenn ich sie auch nur bräuchte 50% ja 50% ist mehr wie Null aber wir wollen sie doch so haben dass sie nach allen unseren Fähigkeiten zu 100% kommt versteht ihr die letzte Generation hat den Glauben und die Geduld der Heiligen den von Jesus das heißt sie stellen dar in ihrem eigenen Leben das Leben ihres Heilandes sie sind quasi eine Multiplikation seines Lebens wisst ihr wir sind alle die Multiplikation des Lebens von Adam und der Christ ist die Multiplikation des Lebens Jesu deshalb wenn wir uns entschuldigen und sagen ich bin nicht Jesus dann verleugnen wir ihn weil er hat gesagt wer euch aufnimmt nimmt wer auf mich auf er identifiziert sich völlig mit uns wer euch ablehnt der lehnt mich ab sind wir uns dessen bewusst wenn wir vertreten sollen wir sagen wir sind nicht Jesus obwohl wir seine Vertreter sind weil der Christ ist ein Vertreter Christi auf wird und das sollten wir tun nicht in unserer Ideologie schön am Sabbat oder am Sonntag in der Kirche sondern in unserem Alltag die Fähigkeit zu lieben deshalb hoffe ich dass wir das verstanden haben in dieser Stunde und wir werden noch ein bisschen tiefer gehen wie wir die Dinge umsetzen sollen damit wir es auch reichen weil man muss es tun können die Frucht ist eine Tat nicht eine Idee die Frucht kommt hervor und ist deutlich zu sehen in der Tat des Christen und da möchte ich hinkommen ich bin noch weit entfernt ich weiß nicht wie weit entfernt weiß nicht wie viel dunkle Ecken und Kanten noch in meinem Herzen sind die Gott mir offenbaren muss aber ich bin willig dass er alles unternimmt damit der Heilige Geist wie viel von meinem Herzen hat alles bis kein kein dunkles Fleck mehr ist alles ist durch die Liebe bedeckt und ich in der Lage bin in jeder Situation das Leben meines Heilandes in der Tat zu leben nicht nur in der Ideologie zu glauben Deine Untertitelung. BR 2018